Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karriere Modus. Heute geht es weiter in der Champions League gegen Juve. Das lief ja letztens in der Champions League ganz schön, allerdings ob das gegen Juve jetzt ausgelaufen wird, weiß ich ja nicht. Trotzdem im Moment spielen wir zu Hause, das könnte ein bisschen Vorteil sein für uns. Ob das denn wirklich so sein wird, müssen wir mal schauen. Wir simulieren erstmal bis dahin und ich bin immer noch sehr gespannt, was so passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. So ein monatiges Scouting-Update, das beispielsweise ist sehr interessant. Haben wir da was Interessantes dabei? Den beobachten wir mal weiter. Der ist weg, der geht auch weg, der geht auch weg und der geht auch weg. Also nichts Besonderes. Alles klar. Wir haben auch unsere Jugendspieler, die top sind. Also wir brauchen ja nicht so viele. Hier haben wir das monatliche Scouting-Update von Jenkinson. Das hatten wir uns gerade schon angeguckt. Okay, das hier ist dann das Wichtige. Okay, okay. Okay, fortsetzen und er ist nicht interessant. Wäre wieder ein Sechser wahrscheinlich. Na, super. Die brauchen wir ja auch. Naja, egal. Wir haben ja sowieso vorne alles Mögliche an Potenzial und so weiter. Von daher müssen wir da nicht unbedingt nachlegen. Sisako. Noch nie was von ihm gehört, aber ich... Naja... Ah, ne. Ne. Doria ist natürlich ein starker Innenverteidiger, aber brauchen wir nicht. Was heißt brauchen wir nicht? Brauchen wir schon, aber will ich nicht. Den beobachten wir mal wieder zum tausendsten Mal. Depp ist immer noch nicht interessant. Gunnar Long war ja mal lange interessant, mittlerweile auch nicht mehr. Kenn ich nicht. Mats Winter-Albe ist ein extrem geiler Name. Alter. 90 Longshots ungefähr? Se... 86 bis... Ist der geglitscht? Ich scout mal. Ich glaube, der ist geglitscht. Cuné, Perrin, Lacazette, den ich mir ja holen will. Und Bruma und Snyder. Äh, Türe, die ja nur so da sind. Okay, alles klar. Ich würde sagen, ähm... Schauen wir mal nach. Wie sieht's aus? Ben Nierda nicht ganz fit, aber der muss spielen. Morrison können wir rausnehmen. De Jong ist ja in Topform. Oxlade-Chamberlain geht immer wieder rein. Für Ben Ather, der muss ich wieder fangen. Der war nicht so stark einmal. Hat sich anscheinend wieder ein bisschen regeneriert. Ähm... Niyang natürlich. Ist auch mit von der Partie. Sehr schön. Naidara kann man auf links gehen. Beziehungsweise kann ich mal hier reinpacken für Peres. Campbell ist auch schon wieder gestiegen. Ähm... Barca würde ich gerne spielen lassen für Anita. Für Sippel kommt Smith. Kolbeck geht raus. Für den kommt... Tjoté auf die Bank. Nastasic muss ich mal wieder spielen lassen für Young Ambiva. Ben Ather setze ich mal auf die Bank für Sippel. Ähm... Strand... Götz, Götz, Götz. Stranzel. Hm. Sante und Klanov, weil es Innenverteidiger spielen. Groß genug ist er. Das heißt, wir haben heute eine sehr unerfahrene Doppel-Sechs. Eine Jugend-Doppel-Sechs. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt schlecht sein muss. Weil bisher haben die immer ganz gut gespielt, wenn sie gefordert waren. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt ins Spiel. Und sehen uns dann danach wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Und bis gleich. Tolle Trikots. Das geht auch schon viel eher. So, bis gleich. Im letzten Champions-League-Spiel im St. James' Park gab es ein 5 zu 1 für Newcastle gegen Lilland. Heute sollte diese Erfolgsserie weitergehen gegen Juventus Turin. Beziehungsweise sollte der eine Sieg zu einer kleinen Serie ausgebaut werden. Das Hinspiel hatte man auswärts im Juventus Stadium mit 0 zu 1 verloren. Heute könnte man mit einem Sieg an Juventus vorbeiziehen. Sogar mit einem Unentschieden wäre man immer noch nur einen Punkt hinter den Männern aus Turin. Natürlich war das das erklärte Ziel der Fans von Newcastle, beziehungsweise auch des Trainers und des Teams. Die Fans solidarisierten sich wieder einmal mit ihrer Mannschaft mit einer riesen Choreo vor dem Spiel. Die einzigen, die im ganzen Stadion wieder nicht mitmachten, waren natürlich die Juventus-Fans. Aber das auch vollkommen nachvollziehbar. Bei denen stand, Überraschung, Überraschung, Andrea Basali in der Startelf. Letztes Mal saß er noch auf der Bank, hatte sich darüber bitterlich beschwert. Heute war er wieder mit von der Partie, genau wie Gigi Buffon, der Routinier im Kasten von Juventus. Trapp, Götz, Rüdiger, Nastasic auf der linken Seite, Haidara, Smith und Barker auf der Doppel-Sex. Aus der Germanen, De Jong, Niang und Ben Yedda in der Sturmspitze war die Aufstellung von Newcastle. Allerdings hier in der Grafik falsch dargestellt. Man spielte im 4-2-2-2, also mit zwei Spitzen, die da hießen, Niang und Wissam Ben Yedda. Auf der anderen Seite Buffon, Basali, Caceres und Echiellini. Luca Marone war dann ebenfalls noch mit von der Partie als Sechser. Links Asamoah, rechts Lichtsteiner, Zentral, Marquisio und Romulo. Und vorne in der Spitze Carlos Tevez und Fernando Jorenta. Auf der Doppel-Sex bei Newcastle, also zwei Nachfugspieler mit Smith und Barker, hatten wenige erwartet. Allerdings hatten die gut trainiert und waren auch fit. Von daher waren sie heiß auf diese Partie. Genauso wie Andrea Basali, der wollte heute beweisen, dass er in die Startelf gehört. Leiter der Partie Benoit Taylar, der Schiedsrichter aus Frankreich, pfifft dann die Partie an. Und es ging los und es startete ziemlich furios in diesen Champions-League-Abend. Die erste Chance für Juventus nach gerade mal zwei gespielten Minuten. Tevez versucht den Ball aber rüberzulegen und da ist De Jong und verhindert das Ganze so, dass es hier weiterhin beim 0-0 bleibt. Danach die erste Szene von Newcastle. Gerade mal sechs Minuten gespielt. Bayern Niang geht an Basali vorbei, als wäre er gar nichts. Steht im 16, hat er Schuss und er trifft den Pfosten. Fast das 1-0, diese Situation schön gemacht von Niang. Es bleibt aber jedoch erstmal noch beim Remi. Dann Balleroberung von Rüdiger in der gegnerischen Hälfte. Der Ball wieder auf Niang, der kann sich wieder durchsetzen. Diesmal gegen Chiellini. Der Ball kommt zu Ben Yedda, wird abgewehrt. Da ist nochmal Ben Yedda, versucht aus der Drehung zu schießen. Der ein bisschen schwach, aber nochmal zu Ben Yedda. Und der direkt und das war eine Weltklasse-Parade. Ein super Reflex von Gigi Buffon. Der wird zwar älter, aber nicht schlechter. Der Mann im Kasten von Turim. Wir sehen nochmal in der Wiederholung. Ein klasse Reflex. Mit der rechten Pranke holt er den Ball da aus der Ecke raus. Aber es ging weiter mit Action und zwar von Newcastle. Der Ball auf Oxlade-Chamberlain. Der steht frei vor Buffon. Scheitert erst noch. Muss den jetzt machen. Und schießt ihn nebens Tor. Nicht das 1 zu 0, knapp 40 gespielten Minuten. Oxlade-Chamberlain vergibt die Riesenchance. Und somit bleibt es hier weiterhin beim Remi. Und dann kam es sehr, sehr bitter. Denn hier ist Llorente. Der geht in 16 an. Lastasic kann ihn nicht wirklich kontrollieren. Der Ball in die Mitte. Da ist Romulo. Und Trapp mit dem Fuß, den er ausgefahren hat, hält diesen Ball klasse. Konterschance dann über den Bayern-Yang. Und der ist ja bekanntlich schnell. Schneller als Marchisio. Auch Chiellini kommt da nicht so wirklich hinterher. Versucht aber aufzuholen und schafft das auch. Dann will Niang in die Mitte ziehen. Wird hier gefoult. Das Ganze wird nicht abgefiffen. Aber Niang bleibt am Boden liegen und muss verletzt ausgewechselt werden. Das Ganze ist schlimmer, als es zunächst aussieht. Er wird bis zu 4 Wochen fehlen. Natürlich bitter für Newcastle, dass es nicht mal als Voll gewertet wurde. Allerdings war das natürlich keine Absicht von Giorgio Chiellini. Vor der Halbzeit dann nochmal die Chance auf den Führungstreffer. Quasi 2 Minuten später für Turin. Allerdings vergibt Marchisio mit links den Schuss. Und Trapp reißt die Arme hoch und hat diesen Ball ebenfalls wieder sicher. Das war es dann aus Halbzeit 1. Mit 0 zu 0 geht man in die Pause. Allerdings hatten die Fans hier ein wirklich schönes Spiel gesehen. Die bekamen etwas geboten für ihr Geld. Allerdings sollte es in der zweiten Halbzeit nochmal ein Tucken interessanter werden. Trapp und Buffon hatten auf beiden Seiten sehr gute Arbeit geleistet. Und sie waren eigentlich so ziemlich der einzige Grund, dass hier noch 0 stand und nicht die Abwehrreihen. Die allerdings auch gute Arbeit verrichteten und viele Angriffe abwehrten. Zweite Halbzeit. Wir gehen rein. Morrison war gekommen. Ravel Morrison für Bayern-Yang. De Jong war in die Sturmspitze gerückt. Und Morrison, der brachte gleich offensive Durchschlagskraft mit. Hier ist nämlich Morrison gegen Asamoah. Und er fällt und das gibt den Elfmeter. Asamoah fährt da das Bein aus. Und der Ghana, ja, foult dementsprechend den Engländer, der das natürlich dankend annimmt. Und dementsprechend gibt es hier in der 60. Minute, die erste Szene in der zweiten Halbzeit, direkt mal einen Elfmeter für Newcastle. Die jetzt die Chance haben, hier in Führung zu gehen. Und damit zumindest kurzfristig erstmal an Turin vorbeizuziehen. Visame Nieder ist der Schütze, der das Ganze übernehmen soll. Kabea heute nicht dabei. Und dementsprechend musste er das Ganze richten. Gegen Gigi Buffon die gleiche Ecke wie immer. Ja, und es steht 1 zu 0. 60 gespielte Minuten. Und Newcastle geht gegen Turin in Führung. Gigi Buffon, wie so viele Keeper gegen Newcastle, springt nach rechts. Allerdings schießen die immer nach links oben. Man könnte natürlich denken, dass sie es diesmal nicht machen. Aber es ist einfach so, dass sie ihn immer in diese Ecke schießen. Beziehungsweise immer auch auf diese Höhe. Und es funktioniert jedes Mal wieder. Von daher wirklich gut gemacht von Visame Nieder, der hier das 1 zu 0 erzielt. Die Nerven bewahrt und dementsprechend sein nächstes Tor in der Champions League macht. Ist einfach ein Erfolgs- und Torgarant. Steht eben auch momentan in der Kritik. Es gibt ja Gerüchte über den Wechsel von Alexandre Lacazette zu den Magpies. Weiter ging es dann mit Juventus. Die versucht natürlich zurückzukommen. Der Ball von Asamor auf Luca Maradone. Aber das ist gut gehalten von Kevin Trapp im Tor. Der Magpies wird den Ball zur Ecke ab. Gar kein Problem. Die Ecke wird dann in die Mitte gebracht. Wird allerdings nicht gefährlich. Und wir gucken uns lieber nochmal den Schuss von Maradone an, der wirklich gut pariert war. Alles natürlich auch gut geschossen vom jungen Italiener. Es gab dann einen Wechsel bei Juventus. Die wechselten ja zwei Spanier quasi. Und zwar Alvaro Morata ging in die Sturmspitze für Fernando Llorente. Und das war alles kurz vor einem Freistoß. Dieser Freistoß von Carlos Tevez, hat man gerade gesehen, aus sehr guter Distanz. Hat aber überhaupt keine Gefahr gebracht. Der Ball ist trotzdem nur zur Ecke abgewährt worden von Newcastle. Und diese Ecke, sehen wir jetzt, wird in die Mitte gebracht von Asamor. Und da steht Berardi. Berardi. Und das ist wieder Trapp. Klasse Parade des deutschen Keepers. Und da muss Berardi natürlich mehr draus machen. Allerdings nicht geklärt. Denn Juventus bleibt im Ballbesitz. Und im Endeffekt ist es dann das Tazic, der den Ball da rausköpfen kann. Allerdings immer noch nicht geklärt. Chiellini nochmal auf Romulo. Der versucht nochmal auf Morata zu spielen. Der nochmal auf Marchisio. Nochmal auf Romulo. Aber der kann nicht schießen. Der Ball wird von Smith geklärt zur Ecke aus, der dann nichts mehr entsteht. Es gab dann wiederum einen Wechsel bei Newcastle. Nach 80 Minuten. Ben Ather und Campbell kamen in die Partie für Siem De Jong und Alex Oxley-Chamberlain. Man wollte nochmal so ein bisschen aufs Konterspiel gehen und schnelle Spieler bringen. Und diese Idee mit dem Konterspiel, ja. Die funktionierte relativ schnell und auch relativ gut. Wir springen direkt in die nächste Szene. Und da haben wir Ashton Götz. Der spielt den Ball hinten raus nach einer Ecke von Juventus auf Ben Ather. Und der, der legt den Ball mit links nach vorne. Und das ist Campbell. Und der ist deutlich schneller als Basali. Campbell im Sechzehner. Und dann überlegt er wieder zu lange und spielt direkt zentral auf Gigi Buffon. Sodass es hier, ja, beim 1 zu 0 bleibt. Allerdings ein paar Minuten später Einwurf auf der gleichen Position. Und Revell Morrison versucht es einfach mal. Richtig schöner Schuss. Ball geht aber an die Unterkante der Lasse und springt vor der Linie, deutlich vor der Linie wieder raus. Dementsprechend passiert hier nichts mehr. Und Juventus hat in der 90s nochmal die Chance zurückzukommen. Nastasic wehrt den Ball aber ab, köpft ihn zurück zu Trab. Und das war es von der Partie. Newcastle gewinnt etwas überraschend, aber nicht unverdient. Mit 1 zu 0 gegen Juventus Turin steht in der Tabelle vor den Italienern und hat große Chancen aufs Erreichen des Achtelfinales. Das natürlich wäre ein Riesenerfolg für den Verein, für den Trainer, für die Mannschaft. Und wenn es jetzt so weitergeht, dann kann man damit auf jeden Fall liegen. In der Liga geht es jetzt weiter gegen Hals City in den 19. Mal sehen, wie es da laufen wird. Im Endeffekt ein verdienter Sieg und das ist doch richtig geil, oder? Jetzt haben wir zwei Spiele in Folge gewonnen in der Königsklasse und haben eventuell sogar die Chance weiterzukommen. Es war natürlich an sich klar, dass irgendwann Juventus anfangen würde zu pushen, aber zum Glück haben sie das so spät gemacht. Nach vier Wochen fällt der aus. Dafür gab es nicht mal einen Foul. Das wurde nicht mal als Foul gewertet. Der hat mir eventuell mitbekommen, ich habe das Ganze... Ox, jetzt schau mal den vorm runter. Ich habe die Formation noch geändert gehabt auf 4-2-2-2, direkt nach dem Anpfiff, weil das war einfach sinnvoller. Und ich bin gerade ein bisschen abgefuckt davon, dass jetzt wieder einer so lange ausfällt. Das finde ich nicht so schön, aber kann man wohl nichts gegen machen. Ihr könnt mir das mal in den Kommentaren schreiben. Ich überlege momentan, ob ich im Winter Alex Oxlade-Chamberlain verkaufen soll, weil der ist einfach... Er steigt einfach nicht. Und das geht mir tierisch auf den Nerven, weil ich will natürlich auch Spieler haben, die sich entwickeln. Und auch wenn das eigentlich müsste, tut das nicht. Es kann, wie schon erwähnt von einigen von euch, beziehungsweise von allem von euch explizit, was ich gelesen habe, natürlich an der Position liegen. Dass er halt nicht auf der Position spielt, wo er eigentlich spielen sollte, im Rechtmittelfeld, sondern dass er hier als Zehner steht. Allerdings, hier wird angezeigt... Ich weiß nicht, was es ist. Das ist scheiße, dieses Jahr. Weil man weiß halt nicht, welche Position das ist, wisst ihr? Aber ich kann ja vielleicht mal das... Nein, das ist das nicht. Das hier. Vielleicht, 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 wer weiß. Obwohl dann ist... Na, Kabea kann das aber notfalls spielen, glaube ich. Wir versuchen es einfach mal so im nächsten Spiel, beziehungsweise wenn der mal wieder spielen sollte. Ja, vielleicht steigt er dann, wenn nicht... Dann müssen wir uns was überlegen. Genau das gleiche ist es ja mit Ben Yedda. Bei dem werde ich zwar behalten, aber der wird eventuell vom Stammspielermäßigen oder auf jeden Fall Konkurrenz bekommen, wenn ich Lacazette verpflichten kann, was auf jeden Fall momentan das Ziel ist. Also diese beiden Transfers, Oxidechamberlem weg und Lacazette her. Die sind auf jeden Fall, ja, eine Frage derzeit, beziehungsweise eine Möglichkeit und einen Wunsch von mir. Könnt ihr mir mal, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. 81er-Bewertung. Ist natürlich ordentlich was wert, keine Frage, aber der sieht auch schon bombenstark aus dafür. Also Lacazette auf jeden Fall mein Wunschspieler. 10 Millionen haben wir momentan. Natürlich ordentlich Gehaltsbudget. Das heißt, wir können 13 Millionen rauskitzeln ungefähr. Sogar 14 mit ein bisschen gutem Willen, weil ich will 100.000 Gehaltsbudget haben. Wir fragen jetzt mal schon an. Viertelfinale und hier sagen wir Viertelfinale. Und dann sagen wir 10 Millionen. Einfach mal aus Prinzip 10 Millionen. Vielleicht sagen sie uns, ja, ist einfach viel zu viel oder sie sagen uns, wir geben dir das und das dafür. Wäre ich mal sehr interessiert. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal gegen Halshitti, wie ihr schon gesehen habt. Campbell lasse ich mal in der Startelf, beziehungsweise stelle ich mal in die Startelf. Oxidechamberlem. Weiß nicht. Alter, ich lasse ihn jetzt nochmal spielen und probiere das mal aus mit der anderen Formation. Hier mit der hier. Nee. Doch. Oder? Ja, doch. Oder? Nee, das hier. Ja, das ist es. So. Dann geht Oxlade dahin. Hier werden nicht Barker und Smith spielen, auch wenn die das gut gemacht haben, sondern Sippel und Anita. Links wird wieder Santon stehen. Rechts wird wieder Jan Marth stehen. So. In. Yanga und Biva. Götz packe ich mir... Äh, Quatsch, Götz. Perez packe ich mal auf die Bank. Kabea auf links. Äh, wo ist denn Oxlade? Äh, wo ist denn Ben Arthur? Ach da. Warum ist denn der da? Wo ist denn Kabea? Hä? Ach, da ist er ja. Oh. Dann können wir einfach so tauschen. Dann passt das ja schon. Gut, alles klar. Dann gehen wir so in die Startelf. Äh, in die Startelf. Dann gehen wir so ins Spiel und hoffen, dass wir gegen Heil, also quasi gegen das Team, mit dem Ron gerade privaten Karrieremodus spielt, was reißen können. Wo stehen die in der Tabelle? Das will ich noch kurz nachgucken. Am Arsch. Okay, 19. Aber gegen den 19 haben wir uns jetzt mal auch schwergetan mit QPR. Egal, wir versuchen es und ich verabschiede mich, beziehungsweise sage, äh, viel Spaß und bis gleich. Die letzte Partie nach einem Champions League Abend spielte Newcastle United gegen QPR, die zu dem Zeitpunkt 19. Und da gab es nur ein mageres 0 zu 0. Heute gegen Heil City und raten Sie mal, welche Position die momentan in der Tabelle in hatten. Richtig, der 19. Platz stand zu Wuche für die Männer aus Hall und dementsprechend hatte man ein bisschen Angst auf Seiten der Magpies, dass das heute hier irgendwie nicht so wirklich klappen könnte. Denn natürlich bis in die Haarspitzen von Dawson motiviert waren die Männer von Heil City und wollten hier Punkte holen im St. James' Park. Das stellt sie natürlich immer wieder als schwierig heraus, allerdings nicht als unmöglich, wie in der Vergangenheit öfter bewiesen. Trabjahn, Madrüdiger, Younger, Miva, Santon, Anita, Sippel, Oxlade, Chamberlain, Ben Arfa, Cabella und Adam Campbell in der Spitze. Ja, nicht Wissameneda oder Perez, sondern Adam Campbell spielte von Anfang an. Ayotte Perez immerhin auf der Bank, gar nicht im Kader, war Wissameneda, der aufgrund von Ermüdungserscheinungen nicht mit im Kader und dementsprechend zu Hause geblieben. Bei Heil City, McGregor im Tor, Elmo Amadi, McShane, Dawson, Robertson, Livermore, Myler, dann haben wir noch Diamé, Quinn, Sakbo und Jelavic. Eine relativ offensiv ausgerichtete Mannschaft von Heil und da sah man wiederum, die wollten hier heute Punkte holen. Natürlich auch mit dem offensiven Außenverteidiger Elmo Amadi, der auch im Gespräch bei Newcastle war, allerdings direkt wieder ad acta gelegt wurde. Die erste Szene direkt nach dem Anpfiff, das ist Remy Cabella. Der geht hier einfach mal ein bisschen lang, wird nicht wirklich angegriffen, wird dann angegriffen von Livermore und der macht das nicht besonders gut, denn es gibt einen Freistoß und nach gerade mal zwei gespielten Minuten die gelbe Karte für den englischen Sechser. Das ist natürlich bitter für ihn und bitter für Hall, denn die Freistoßposition ist mehr als nur gut und einen Freistoßschützen, der das richtig gut kann, haben sie auch. Und zwar weiß das der gefaulte Remy Cabella. Der legt sich auch den Ball direkt hin, während wir hier nochmal das Foul sehen. Er beschwert sie natürlich auch bei seinem Gegenspieler, das ist auch vollkommen verständlich, denn er wird hier unnötig von den Beinen geholt. Allerdings, wie gesagt, er schießt den Freistoß. McGregor bereitet sich darauf vor, das Ganze bringt aber absolut gar nichts. 1 zu 0, fünf gespielte Minuten sind es mittlerweile und Newcastle liegt in Führung durch das Freistoßtor von Remy Cabella. Wunderbar über die Mauer geschlenzt, in den Winkel, keine Chance für McGregor da ranzukommen. Der Ball viel zu spät gesehen von ihm. Dawson, die ganze Mauer ist da eigentlich nicht hochgesprungen, sonst wäre man eventuell noch dran gekommen, weil der Freistoß nicht so hochgeschossen war. Allerdings trotzdem natürlich ein Bombenstoß von Remy Cabella, der hier sein drittes Saisontor macht und das 1 zu 0 für Newcastle, die also mit der frühen Führung und jetzt musste die Offensivabteilung von Heil zeigen, was sie drauf hatte und musste zeigen, dass sie zurückkommen wollte und hier Punkte im St. Jameses Park holen wollte. Cabella feierte sich natürlich, allerdings ging es dann auch los, direkt mit den Offensivaktionen von Heil. Wir gehen in die nächste Szene und da haben wir Nikita Jelavic, der Kroate mit dem Ball auf Quinn und Quinn, der war heute ganz gefährlich und ganz heiß, spielt den Ball in der Mitte. Jelavic kommt da erstmal nicht dran, allerdings kommt der Ball nochmal in die Mitte zu Diame, der legt nochmal ab, wieder niemand da. Jetzt die Chance für Sakpo, abgewehrt, niemand ist da. Cabella kann den Ball nach vorne spielen und auch der Cembal ein guter zwischengegrätscht. Der Ball kommt zu Elmohamadi, der spielt den auf Diame und Diame mit dem Pass auf Sakpo und der kann diesmal abziehen, aber Kevin Trapp ist da und kann diesen Ball abwehren, so dass daraus nichts mehr wird als ein Eckball. Aus dem Eckball resultiert dann allerdings diese Szene hier und die war ein bisschen kritischer für Newcastle. Das Foul von Remy Cabella an Diame und auch er kriegt hierfür die gelbe Karte und es gibt eine aussichtsreiche Freistoßposition für Hals City in der 29. Spielminute beziehungsweise 30. Spielminute, denn es verzögert sich alles noch ein bisschen und dann kann Nikita Jelavic endlich antreten zu diesem Freistoß. Holt sich noch Quinn ran, der läuft über den Ball, Jelavic schießt den und der hat gar nicht mal so wenig ungefährlich, beziehungsweise gar nicht mal so ungefährlich. Der Ball geht nur knapp über die Latte, die Mauer springt zu früh hoch, dementsprechend noch einfacher und wir sehen es hier gerade mal so 20 Zentimeter haben da gefehlt. Danach war erstmal Halbzeit, es passierte nichts mehr. 1 zu 0, ja, für Newcastle United zur Halbzeit. Die Tunes relativ zufrieden, allerdings, ja, wackelte man hier ein bisschen, denn Hals sehr stark offensiv, wie gesagt, wie angesprochen, mit der sehr offensiven Startelf und das zeigten sie auch im ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang ging es dann direkt weiter und zwar, ja, direkt nach dem Anpfiff quasi, gab es eine Einwechslung bei Newcastle und zwar kam er hier aus der Peders rein für Kempe und das, ja, lähmte das Spiel von Newcastle, denn mit Perez vorne hatte man keine Chance mehr in der Offensive, warum spielt er dazu mehr? Diamé mit dem Schoß abgewehrt, Quinn gegen den Pfosten, der Ball kommt nochmal zu Quinn, weil Trapp vorbeiläuft und es steht 1 zu 1, 57. Minute, der Red Hat von Hals City, wie er sich ja selber nennt, hier mit dem 1 zu 1 nach 57 gespielt Minuten, die Fans natürlich fröhlich, die Tunes natürlich überhaupt nicht fröhlich, allerdings war das verdient, denn Newcastle absolut offensiv ungefährlich, die schafften da gar nichts mehr, Perez viel zu langsam vorne, viel zu unagil, wirkte sehr, sehr, ja, mit wenig Elan, einfach energielos, könnte man sagen und dementsprechend, ja, war das relativ wenig, was sie da in der Offensive zu bieten hatten, sie versuchen es dann nochmal nach vorne, 85. Minute, hier sieht man, wie Perez den Ball gerade so erobert, aber vorher sich falsch gedreht hatte, der Ball kommt zu Anita wieder, zu Perez, der verliert den natürlich wieder, aber es gibt einen Freistoß und das Foul kam von Jake Livermore und der hat schon die gelbe Karte und sieht hier in der 86. die gelb-rote Karte, ja, das vollkommen verdient, die Ampelkarte für den, ja, englischen Sechser, nach dem Foul an Agarthe Paddes, der hat zwar nichts gerissen im kompletten Spiel, allerdings diesen Freistoß rausgeholt, das ist nicht nur eine sehr gute Position, sondern auch die Überzahl für zumindest die letzten 5 Minuten plus Nachspielzeit und das ist natürlich schon mal einiges wert, er regt sich hier natürlich vollkommen zu Recht auf und Livermore muss vom Platz, die Chance für Kabea aufs 2 zu 1, aber die ist ja relativ schlecht vergeben vom Franzosen, er kann auf jeden Fall besser, hat er ja schon gezeigt in der Partie, allerdings wird das nichts und es gab nochmal zwei Wechsel, Diersen und De Jong kamen in die Partie für Lennart, Adetay, Sippel und Alex Oxley-Chamberlain, das heißt, man warf nochmal alles nach vorne, wollte alles versuchen, Oxley-Chamberlain wieder mit einer schwachen Vorstellung, hat heute nicht das gezeigt, was man erwartet hatte, man hat heute die Formation ein bisschen umgestellt, ein bisschen mehr mit Flügelspielern agiert als mit Zentralen, allerdings hat das überhaupt nichts gebracht und im Endeffekt blieb es dann beim 1 zu 1, wieder bitterer ist Unentschieden, bitterer Punktverlust für Newcastle gegen den 19. der liegt ihnen anscheinend nicht so wirklich, ist nicht so schlimm, sie bleiben auf dem dritten Tabellenplatz, aber nächste Woche gegen Cardiff muss man gewinnen, um da zu bleiben und solche Ausrutscher dürfen in Zukunft nicht mehr passieren. Ich scheiße auf Oxley-Chamberlain, ich verkaufe den lieber, anstatt nochmal in der Formation zu spielen, das war absolut grottig. Ich weiß nicht, ob es eventuell daran gelegen hat, dass Ben Yerda gefehlt hat, bis zum geht nicht mehr, aber ey, das ging ja überhaupt nicht, diese ganz schreckliche Vorstellung. Also, äh, nein danke, brauche ich nie nochmal und da lasse ich lieber, was weiß ich wen spielen, anstatt Oxley-Chamberlain auf außen, vor allem, weil der sich wieder echt scheiße präsentiert hat. Denkt man sich, ey, gibt es ihm die Chance, denkt er sich, ey, ja, mir doch egal. Naja, gut, das war jetzt wieder ein bitteres Spiel gegen den 19. Zweimal hintereinander nicht gewonnen gegen solche Teams, aber immer noch Dritter, von daher nicht so schlimm. Ähm, so lange war, ja, Dritter beziehungsweise Vierter noch werden, ich glaube Vierter ist auch noch okay, dann sind wir ja noch oben dabei, beziehungsweise sind ja noch in den Champions League Plätzen und ich hoffe, dass wir den schaffen. Cardiff ist tatsächlich mit 19 Punkten Vierter und Crystal Palace dann mit 18, es ist, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, vor allem mit 6, es ist, naja, City nur 16 da. 6 Unentschieden, naja, gut. Was willst du machen? Das war's von dieser Episode, ich hoffe, ihr habt es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber auch freuen, dann sehen wir uns mal nächstes Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.